Was geht ab, liebe Leute, einen auswärtigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute gibt es mal 24 Minuten einfach irgendwelche Szenen aus den ganz vielen unterschiedlichen Situationen, wo wir zusammen gespielt haben. Dabei ist auf jeden Fall Dodo, Crumblecat, ich glaube, GoldenCraft war auch dabei. Richtiges Durcheinander und es gibt auch keine chronologische Reihenfolge. Das heißt, ich habe einfach alle Schnipsel aufeinander geschmissen und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß mit dem Video. Wettkampf. Toll und ich habe nichts zum Ausrüsten. Ja, warum? Weil ich kein Schwert habe oder sowas, ich kann nur so aufschlagen. Aua. Astro, mach deine Hex aus. Ja, komm, du hast einfach bessere Sachen als du bist. Ja, komm halt. Astro hat gehackt. Ich reporte dich im Forum. Oha, das war mein Kill, du Affe. Hey, hallo, geht's noch? Was hast du für eine Range? Sie hat mich totgevoxt. Was? Was? Nächste Runde? Nein, nicht nächste Runde. Wie du bist. Na, Astro, wo bist du? Was? Du H***. Ey, war hier keine Kraftausdrücke, sonst muss ich das nachher rauskriegen. Ich habe Blumen, will ich mal eine Blume. Habe ich auch bekommen. Ey, lass mal die Map abbauen. Kannst du nicht. Du kleiner, dreckiger B***. Hä? Leck? Oha, jetzt hat du mich noch bekommen hast. Du kleiner, dreckiger B***. Schieb! Dann, wo treibst du dich jetzt rum? Das ist ich auch gerne in Polen. Das kann ich nicht abkaufen, Mann. Komm, einfach das 1v1. Komm doch! Ja, wenn ich was los sage. Sie stinkt mein Name-Tag? Nö, du bist so groß, wenn dein Name-Tag. Dann suchst du es doch. Ja, ich bin jetzt versteckt, okay. Das will ich mir nicht schnell im Schnee suchst. Was ist denn im Schnee so? Wenn du Schnee im Schnee suchst. Bist du auch nicht. Die Nadel im Heuer auf, meinst du. Wo bist du? Ich frage, wo bist du? Ich bin in der Mitte. In der Mitte, bitte. Warte, warte, bevor wir uns eingreifen, lass mal kurz den Bug noch testen, ob der noch funktioniert, okay? Was für ein Bug? Du kannst dich theoretisch außerhalb der Border buggen. Boah, du leckst überhaupt nicht. Ja, lass mich in Ruhe. Ich will es testen, aber dafür müssen wir noch ein paar Sekunden warten, bis die Border anfängt. Geh doch weg von mir. Hallo. Ich schlag dich nur mit der Blume. Au. Hör doch auf. Alter, du hast einen Ping vor 310. Warte mal, kann ich mir selbst einen Ping suchen? Ping? Nee, ich hab noch eine 52er, was willst du? Nee, du willst bloß hochheilen. Du hast drei Herzen. Ich hab nicht drei Herzen. Bist du dumm? Nee. Ich hab einen Namen. Hä? Dodo. Ich hab dich nur drei Herzen. Ich hab mehr, hä? Ja, dreieinhalb. Ja, ich hatte zehn. Dreieinviertel. Hey, stopp, 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 stopp. Ja, dann geh weg. Ich hab dich nur mit dem Bug. Ja, du fragst mich trotzdem dauernd. Ich hab nicht mehr so viel essen. Oh. Jetzt ey, die Border kommt, dass wir testen. Was willst du denn da testen? Du, ob du rauskommst aus der Border. Wo ist die, ähm. Wo ist die Border? Ich seh hier keine Border. Hier kommt die. Ich hab damit nämlich mal ein Team geärgert. Die haben gehackt. Und dann hab ich mich außerhalb der Border gepackt. Und die haben die so, ey, du Hacker. Und ich so, ja, pff. Gleich ist mir gleich im Bug. So, jetzt könnt ihr uns einholen. Und jetzt können wir theoretisch hier am Rande mitlaufen. Jetzt sind wir außerhalb. Das kann jeder. Ja, ja, aber warte. Warte mal, warte mal, warte mal. Das Problem ist, jetzt komm ich nicht mehr raus. Guck mal, jetzt kannst du da draußen stehen bleiben. Ich weiß. Dann kannst du quasi alles gewinnen, aber ich kann nicht mal raus. Irgendwo, ja, hier krieg ich Schaden. Warte mal, komm mal kurz her. Ich will nicht mal versuchen, von draußen zu schlagen. Geht das? Ja, kannst du. Kann ich auch rausschlagen? Ja, kann ich. Nein. Huh. Auf, also. Warte mal, theoretisch könntest du damit gewinnen, oder? Nee, kann ich nicht, weil die Border geht gleich noch weiter. Ah ja, eben. Dann kannst du einfach mitlaufen. Ja, das Problem ist aber, wenn du jetzt da hinten noch bist, du könntest es noch überleben, bis hierhin. Dann solltest du halt gucken, dass du aus der Border rauskommst. Ja, ich gebe dir mal was. Dann du mal, noch du mal, noch du mal, noch du mal, noch du mal. Danke, 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 danke. Keplerist du? Das ist so krampig oder was? Ey, den Helm kann ich sogar ganz gut brauchen, meine ist was da. Kannst du sagen, Craften? Die Border kommt gleich wieder. Was? Ah, niemand hat es gar nicht. Ach, kann man. Neue Runde, neues Glück. Ey, Rot ist schon wieder da. Ja, moin. Genau. Ja. Am Arsch. Glücklicherweise habe ich das auf Video, Alter. Junge. Der heckt so krass rein. Ja, genau. Guck mich dich mal an. Scheiße. Weißt du, willst du noch? Nee, ne? Ja. So, wo sind wir diesmal? Springen wir hier rein, oder? Rein mal bitte. Ne, rein da. Geh du gerade aus. Ich brauche hier schon mal ab. Hast du wieder ein Pilz, aber dann trocken die Pilzsuppen, jetzt hab ich es gecheckt. Ne, ich bin schon geppelnder. Ich kann das nicht so gut. Ja, ich kann ja auch nicht richtig schnell craften können und sowas. Das ist ein Gegner. Die können dich noch nicht angreifen. Wo bist du? Hinten, der hat versucht, meine Dias zu klauen. Hey, jetzt ist er weg, oder was? Er geht hoch. Hey, im Ernst? Junge, was ist das von Assi? Mit Spaß, alles gut. Wo war jetzt unsere Werkbank nochmal? Hier oben. Ich prüfe jetzt an, gell? Ja. So, hier in der Nähe. Keine Ahnung. Wofür brauchen wir einen Braustand, bitte? Zum Enchanten? Äh, zum... Brauen? Ähm, einen Enchanten haben wir jetzt hier keinen, gell? Oder hast du einen gesehen? Äh, äh. Aber ich würde gerne meinen Dias schwellen Enchanten. Ich habe übrigens auch die Vermutung, dass das Dias Zeug auf einmal aufgeblattet... auf einmal hingedruckt würde. Das gab es nämlich am Anfang nicht. Zumindest habe ich da keins gesehen. Und dann stand der Typ da und hat auf einmal abgebaut. Richtig seltsam. Das cool ist, ich sehe mal, Dias nicht in meinem Pacture-Pack. Ich weiß ja plötzlich nicht, wie die aussehen. Du. Gibt es da unten was Interessantes? Nö. Du willst dich halt rein, oder? Danke. Junge, dieses Wasser, ey. Wenn wir jetzt irgendwie Enchanten gehen, oder? Das würde es, denke ich mal, nur in der Mitte geben. Wir hatten doch eben auch einen Enchanten. Ja, es ist ein anderes Level. Meinst du, es gibt nichts? Ja, komm, lass halt gucken gehen. Ah, dann ist ein Gegner. Hast du Essen? Ne Pilzshubbe kann ich dir geben. Äh, die können wir auch schon holen. Okay, wir müssen hoch. Kommt ihr Border? Gleich. Oh, Border, 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 Border. Oh Gott, macht die wieder Stress, Alter. Welcher Typ hat hier bitte Zeit, sich, äh, Dings zu holen? So, äh, Dings, diese... Ach, komm, kein Plan, wie es heißt. Erstmal versuchen, um End zu gehen. Wissen wir, ob es geht. Ne, da meinst du? Äh, ne, da. Lull. Hier ist ein Enchantor. What the fuck geht die ab, Alter? Ich hab schon wieder nur Bane of Art Reports. Hast du Wut? Drei Holzblock. Mach mal, äh, Knoffding. Geht nicht, mit drei. Ja, stimmt. Hast du einen Block? Lass mal kurz EP holen. Hat er getroppt? Du bist eigentlich jeder droppen. Hier war schon jemand. Hier ist einer. Flashlock. Hier ist er ein Gegner, 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 Gegner. Wo bist du, Mitte? Ja. Bist du zwei. Äh, der eine ist low. Komm, du kriegst die. Ja, und hinter mir war der andere. Wie viel EP hattet er? Er hat aber nicht mehr viel, oder? Fünf, oder? Wir haben aber gegappelt. Schade. Dias, suchen. Dias, 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 Dias. Wo gibt's Dias? Da, hat's ganz viele Dias. Ich behalte zwei für ein Schwert, ja. Nö, mache ich. Lass mal versuchen, nether zu gehen. Warum bist du gleich in der Nähe da, dass die mein Schwert aus craften? Ja, 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 aber nether dann. Eisenbrommer, wir brauchen auch am besten eine Rüstung. Warum geht die gute Picke weg, sobald PvP inhebeln wird? Das ist doch dumm. Da ist jemand. Ja, ich hab nichts. Ja, woher hat er auf einmal so guten Stuff, Digga? Junge, der ist full tier mit full allem. Ja, full tier nicht. Zeig dir dieser Skin eigentlich, was der, wo uns gerade den Shop ist. Keine Ahnung. Also, wenn du mir ein paar Blöcke bringst, ich bin bei dir. Kann ich. Ich will erstmal unser Bett kurz zubauen. Ich versuch's mal ein bisschen durchzuhalten. Ja, ich geb mein Bestes gegen Grau. Du sollst dich dein Bestes geben? Du sollst mehr als dein Bestes geben. Ja, die scheint nicht so gut zu sein. Zumindest baut sie wie eine Anfängerin. Nichts gegen Anfänger, wir haben alle mal angefangen. Sehr akkurat und sehr langsam. Okay, der Schlag war gut. Der Schlag war nice. Den hab ich nicht kaum gesehen. Ich bin direkt hinter dir, wo auch immer du bist. Ja, mit TNT. Ja, klar, mit TNT. Hab ich doch gesagt. Hat Dodo mir wieder nicht zugehört. Äh, ich hab nicht. Hab ihn. Bin auch Rundschaber, hab ihn. Oh Mann. I'm on my way. Hab einen runter. Ja, aber ich komme. Ja genau, place and TNT hier. Macht sehr viel Sinn. Ich sollte jetzt eigentlich runterspringen. Und das Bitt von den abbauen. Hä? Null. Hast du denn? Ja, ich hab den. Aber der hat gute Hits gegeben, muss man mal sagen. Komm, Toto, komm. Hab aufgemacht. Du musst jetzt runterspringen. Ich bin nicht da. Ja, warum nicht? Wo bist du? Ich kann den nicht ewig aufhalten, Dodo. Junge, ich hab ein halbes Herz. Grip. Ich hab dir gerade dreimal gekillt. Also siehst du das Holz? Ich hoffe, sie bauen nicht zu wieder. Äh, ich hab einen Block weiter abgebaut. Ja, ich seh's. Ist wieder ein Stand runter, wa? Ja. Ja, die bauen wir dann mit Wolle zu, Alter. Ah, shit. Was ist denn da oben? Einer TNT. Geh weg. Hab einen. Du musst da anbauen. Kannst du zubauen, oder? Nee, ich hab keine Blöcke. Der Ender kommt von oben. Bau schnell. Pass auf, der wird dich kicken. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Oh, ich werd grad einen TNT setzen. Hast du so ein Ei, äh, ein Gold? Äh, ist er getropft? Ist er ein Gold? Ist er ein Gold? Ja, schon. Oder war der da nicht eins? So, du hast rüber pushen. Äh, wir bekommen jetzt auch noch Stress von Weiß, ne? Ich mach mir auch schnell einen TNT, chill. Oh, der ist dir. Ja, eben. Ich push vor, ja. Weg! Super. Weiß ist das letzte Team, ne? Hä, für den Grauen ist einer geläftet. Sehr schön. Dodo, warum ist der Graue geläftet? Hat er wohl was geschrieben? Hä, Krau ist tot? Hä, ach so. Man weiß die schon ausradiert, oder was? Kannst du den da machen? Ne, der springt mir im Viereck wie ein Flummiert. Dann geh ich nämlich mal kurz zu Grau rüber. Nachricht in coming. Sag, wenn sie kommen. Ja, ja. Noch Zimmer safe. Hast du sie in der Bett oder was? Nein. Das ist doch schon weg. Das weiße Bett wurde jetzt gerade zerstört. Ja, ich bin doch nicht bei weiß drüben. Weiß Bett wurde von dem Roten. Der Rote hat die geholt. Soll ich mitkommen oder was soll ich hierbleiben? Was meinst du? Auf der anderen Seite. Ich renne mal mit. Sind die bei weiß? Ich weiß es nicht, wo die sind. Ja, sind sie. Oh Gott, der hat die ja, Alter. Ja, den habe ich aber easy gemacht, Alter. Ja, einer sind ja. Der andere ist bei uns 100%. Ja, ich glaube es auch. Wo ist er? Warte. Mist, das kostet 16, Alter. Junge. Junge. Ja, tut mir leid. Der hat sich irgendwas gesnackt. Hab ihn runter. Oh mein Gott, Alter. Was erlebt noch? Ne. Oh Gott. Der hat 5 Sekunden langsamer und der hätte sich Sachen intus gehabt. Der hätte mir keine Schicks gehabt. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.